moin moin liebe leute willkommen zurück zu einer neuen runde last tight wir wollen raus hier ich schieß mich raus ich mich auch und wir wollen in den graben rein und den dann durchschwimmen bis hinten zum geldungsunglück zeigt euch zwischendurch mal auf der karte ach ich bin schon raus scheiße der kann jetzt auch jetzt seine hier einmal den weg lang ist unser plan jetzt mal kurz orientieren wo ich jetzt bin genau also ich bin auch wieder mit von der partie nachher der smithi und der papillon der team killer ist auch wieder am start der team killer wir sind ein zweimann army der teamkiller sagt er sowie das müsste der graben sein mit dem folgen wir jetzt mal ein bisschen haben 20 minuten bis wahrscheinlich die nächste battle royale runde startet und ich höre schon wieder schlüsse ich bin schon vor dir ein bisschen den graben lang geschwommen mit meiner taugkasse oha marco hinter mir darum ist es gut ich weiß nicht ob es sich lohnt hinzufliegen zu fliegen vor allen dingen aber ja ich mag heute nicht fliegen ich schwimmen lieber soll ich bei gehlens unglück auf die fahrt ja können wir machen treffen wir uns da und da unterwegs haben ich schon mal ein zwei sachen ein hier zum beispiel so dass ich schon mal ein bisschen munition habe und was zu schießen im notfall ich bin rembo mäßig nur mit messer unterwegs und wir suchen für euch immer noch den megalodon wie gesagt einmal in einer folge wo ich leider nicht aufgenommen aber also keine folge schlimm genug schlimm genug da ist er mir begegnet da war ich ganz harmlos und da dachte ich was kommt denn da für ein buckelwahl angeschwommen oha bei mir ist wieder gutes oder einer weggeholt was will man machen was wieso über mir sind schlüsse und keine ahnung hier ist auch was aber etwas gehört mindestens habe ich eine kontaktwaffe das schön dies gut habe ich in der letzten runde den weg gebrochen steht jemand haben wir gewonnen erster dritter geworden aber damit kann ich erleben ja gucken wie wir uns jetzt anstellen über mir direkt schüsse ja lass links liegen ja ich weiß ich wollte nur mal erwähnen schön mehr am meeresgrund lang so die sollten mich nicht sehen ja wenn du nicht hochleuchtest mit der lampe nur wenn sie reingucken nur wenn sie reingucken auch nicht action links ja die gucken man die bekriegen sich mit pistolen und keine ahnung was wir haben gleich die fetten waffen abwarten möchte ich negativ klingen aber ich war schon mal da also leer gelutet und dann nee ist meistens nicht obwohl über mir ist ein taucher hat mich nicht gesehen zum glück so der beklickt sich mit jemand anderen wie ihr seht seht ihr nicht viel unter meeresgrund aber das ist die schnellste und einfachste sicherste variante wenn wir hinten wollen zum looten da mal hinzukommen weil sonst auf dem weg sehr viele haie lauern abgesehen von den haien auch die anderen spieler natürlich aber wir wollen uns ja auch dick ausrüsten um dann die anderen spieler zu holen ich bin bei gehlens unglück sehr gut ich nicht warum verdammte axt und der weißt du der weißt du schnell in gehlens unglück rein öffne dich du scheiß tür warum hat der hammer heise und atem ist es war nicht warum er so hart zu weiß ich bin heute nicht wirklich oder flache stelle über und neben mir war ein rechts von mir war ein spieler der ersten haie geschossen hatten dann mich und so ist das dann hier gibt es so viel geiles tut jetzt müssen wir ein bisschen getrennt voneinander arbeiten kommt ein kompass wäre gut dann würde ich zum östlichen östlichen vorposten schwimmen könnten wir uns da treffen ja ich rüste erstmal meine blasen dämpfer und keine ahnung was ich auf meine waffe erst mal ist und nach klar ja rotpunkt visier rotpunkt visier natürlich ist richtig ich habe für dich eine hapune eingesammelt wenn du die haben jetzt kann ich hier mitbringen erste hilfekästen im blau wo wollen wir uns treffen also wenn ich jemals den kompass finden sollte in der zeit dann bitte beim östlichen vorposten östliche vorposten gut ich markiere mir das erst mal der feine hat natürlich auch so ein kompass schön druckluftflasche die habe ich auch damit kannst du nicht angeben stahlpfeile leuchtgeschosse maschinengewehr mit großen magazin habe ich mir eingebaut natürlich na klar aber bei mir plätscherts verdächtig ich habe einen kompass sehr gut wir können uns also bei dem östlichen vorposten treffen ich trau mich bloß nicht raus ich bin kurz im käfig bekämen wir mal den östlichen vorposten nehmen dies von den dreien kuppeln nämlich die rechte natürlich und heim im blau kommt dass mir sofort das nachts hier mehr los anheimen ja wie willst du gerade schon wieder dazu gelangt bei mir wo haken munition soll ich deine hapune auch aufrüsten mit dem kompaktvisier ja mach mal wenn du kannst ist überlucht aber ich will erstmal zum kompakt zum vorposten kommen dass wir uns treffen da beißt gerade ein hai an irgendjemanden rum das finde ich gut also meine waffe ist richtig fett ich werde ihn auch mal looten müssen da oben jo stahlpfeile gab es in meinen sehr gut ich komme ja ich bin auch noch nicht da alles gut aber wir haben nur noch zehn minuten da geht wahrscheinlich schon wieder der battle royale modus los ich bin fett ausgelootet jetzt ja dann wollen wir hoffen dass du es auch überlebst scheiße jetzt hat mich ein hai raus geholt weiß ich gar nicht mehr wo ich hin spüren soll hast du keinen kompass doch dann das ist eine markierung ja hab ich oh verdammt drei stück drei was drei haie stell dich nicht so an ich brauche erstmal fünf druckluftflaschen wo ich lange schwimme gibt es die dicken gefechte schon wieder ein hai der holt mich jetzt auch wo sollen wir uns treffen immer noch bei der rechten großen kuppel von den dreien die rechte wenn du auf die karte guckst beim vorposten gut hab ich gesetzt ich bringe dir eine habune auf jeden fall mit die siehre wenn ich es bis dahin schaffe ich wurde schon wieder angegriffen vom hai ne das wars wo wollen wir uns jetzt treffen weiß ich nicht dazu müsste ich erstmal neu reinkommen weil das habe ich nicht überlebt da waren zu viele haie da hatte ich keine wahl also wo bin ich denn aber ich kann nur mal hinkommen in die richtung ich würde immer noch sagen östlicher vorposten ich habe ihn kommen sehen alter tigerhaie was oh alter beiß der zu wir sind früh aufgekommen ich muss irgendwo hier sein wo bin ich denn hier hier irgendwo muss ich in dem bereich sein beim schussunfall irgendwo noch näher auf jeden fall ich bin hier irgendwo wo ich noch nie war okay das ist auch mal gut klein gebiet vor mir ein toter taucher und ich schwimme natürlich ins dunkel immer vernünftig meinst du ne ich glaube nicht hier vor mir berge wird wie berge und berge muss ich dran rum rumfummeln wollte ich schon sagen vorbei schon ne fette bohrinsel das hier oder was das sein soll kannst du auch in den bergen rumfummeln hauptsache du überlebst das uh und richtig fettes loot und ich weiß immer noch nicht wofür dieses pot broken gut ist und was war damit ich habe es aber auch schon wieder vergessen sorry also wir treffen uns immer noch da wo du sagst ja sofern ich bekomme was wir finden das ist ja mal wieder die voraussetzung für alles hier ja schade dass ich diesmal nicht aufnehmen ich bin ja im unbekannten terrain und muss unseren smitty gleich mit einer fetten Harpune versorgen und soviel sei euch gesagt an die Waffen könnt ihr noch extra Sachen anbauen wie Schalldämpfer Schäfte Visiere Visiere Magazine Na und das Mitty kriegt ne geile Waffe eh Na und das Mitty kriegt ne geile Waffe eh Na Hapune mit Schafschutz Wisiere Falls ich sie jemals kriege Pfeifelst du? Ja Die Runde läuft nicht so gut Na und das Mitty hat noch nicht den Freischwimmer deswegen gerade mal das Seepferdchen deswegen Ja Wie siehts aus Wie siehts aus? Ah nur Seepferdchen für mehr ist noch nicht gereicht Erstmal ne Pistole Das heißt nix Wir treffen uns aber immer noch da ne? Ja das ist der Plan Das ist aber richtig heiß umkämpftes Gebiet ne? Ja egal Und mir doch egal Diese Gleichgültigkeit von um rum Auf die Auf die bist du ein bisschen neidisch Gibst du? Ja natürlich Dachte ich mir fast So wenn jetzt nochmal ne MP kriege statt die Pistole wäre ich zufrieden ne? Du kriegst gleich ne Hapune Ja Ist noch besser Bis dahinten dauert es ein bisschen Bisschen Medigars Stahlpfeile gibt es jede Menge Die Lager ist voll ehrlich Ich kann nicht mal mehr ein Pflaster mitnehmen Ja schade Ich hätte dir einen großen Rucksack gerne mitgebracht Den ich habe aber Ja ich nehm einfach ein paar Patronen nicht mit Ich bin beim Vorposten Glaub ich jedenfalls zu sein gleich Ich habe alles gefunden hier erstmal um zu überleben außer natürlich kein Kompass Oh hier war ne Tasche Dann kann ich dir auch noch ein bisschen was mitnehmen Oh hier ist ne geile Höhle bei mir Hm Warum muss ich nur da rein schwimmen? Hm Das weiß ich nicht Ich habe leider immer noch keine Kein Kompass gefunden Und da weiß ich immer noch nicht wo ich hier gerade rumschwimme Oh es ist hier ein 20 Millionen Haie über mir lang schwimmen Das ist nicht normal Was soll denn das? Bist du beim Schuss rumfallen oder wo bist du denn? Ja kann sein Kann sein Ich sehe schon Kompass Der kommt da von hinten an und sticht uns ab Echt Wie so ein Schwein Ich habe hier sieben Haie um mich rum Nee Ich bin in den Vorposten rein Ich glaube nicht dass ich das überlebe Ich glaube nicht dass ich das überlebe Ich kann mich jetzt zweimal wiederbeleben Ich bin hier bei so einer Kuppe Im Vorposten Aber wieder nur ein Helm Ich bin jetzt hier im Vorpostengebiet Schön Soll ich Markierung neu setzen beim Schussumfall? Okay Ich will nicht bestätigen dass ich hier wirklich bin Irgendwas muss ich ja machen Ja Wenn ich nur die Die Einsteiger-Nubes kille da Bei mir sind fette Tigerhaie wieder Aber ich habe einen Kompass Gott sei Dank Und ich muss mich erstmal wieder So Wo ist denn? Ah äh 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 ist noch eingestellt Ich bin muss südlich von mir Heißt ich bin im Norden Ja ich bin auch von daneben vom Schiffsumfall Aber ich würde jetzt zu dir runter kommen Trotz alledem Ja wollen wir uns hier irgendwo treffen oder warte? Ja ich komme zu dir hingeschwommen immer noch Ja Und sag wo wir uns treffen wollen Oh Immer noch derselbe Treffpunkt Da ändert sich nichts dran Rechte Kuppe ne? Die Rechte von denen ja Die Rechte von denen ja Dann verschanze ich mich mal da drin Was macht das denn? Die Gewässer sind hier so flach ey Ist doch in drei Minuten ein High wieder an mich Dann Oh das ist ja Battle Royale und das läuft schon Ja Aha Wo müssen wir hin? Wo ist denn der Kreis? Na guck mal Kann ich nicht Kann ich nicht Ich muss schwimmen Achso Deswegen habe ich dich ja gefragt Östlicher Vorposten ist nicht so viel glückbar Es ist noch weiter runter müssen Egal ich komme erstmal zum östlichen Vorposten Also wenn wir drauf gucken Rechts die Kuppe ne? Ja genau Gut Hast du Medikids oder sowas noch am Start? Ja viele Ja sehr gut Sehr gut sehr gut Ich bin drin in dieser Kuppe ne? Ja ich weiß Ich sagte ja vorher wenn ich reinkomme Alles Bevor ich das nicht sage kannst alle abschließen die reinkommen Gut Hatte ich auch vor Sehr gut das wollte ich hören Sollen wir mal gucken wo wir den Weg jetzt finden darunter Ach ich benutze erstmal Medigas Na klar Ich auch Also habe ich benutzt Deswegen bin ich schon wieder jetzt relativ gut dran Was die Gesundheit betrifft Und wenn du Druckluftflaschen brauchst ich habe Danke eine habe ich auch Aber gut gewesen Ja dass einer so fett glutet ist ne? Einsamen Harpun kannst du dir Ach hab ich wieder eine Druckluftflasche gefunden Na klar Gott wie weit ist denn das zum Teufel ey Jetzt habe ich auch so ne Außer was ähnliches als die Berge Das kann doch aber nicht mehr so weit sein Wie hoch im Norden war ich denn zum Teufel Ja und wir warten hier Schönen einen Sniper da sein Ein Camper 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 Du oller Camper War wieder klar Er muss campen Ich bin jetzt erst beim Schiffsunfall glaube ich Oder jedenfalls bei so einem Schiff was So ein großes Schiff ist was das sein könnte Ich muss immer noch südlich das ist noch ein paar Meter Ich weiß gar nicht ob ich es schaffe überhaupt bis dahin bis das Highschild mich überholt hat Wenn nicht schwimm du schon mal los in Sicherheit Ne ich bleibe hier Ich haare aus Ja weil ich Ja weil ich Dauere noch ein bisschen bis ich da bin Wenn du beim Schiff so ein fallst dann ist es nicht mehr bald Das stell dich nicht so an Ja weil deine Harpune habe ich schon geil zurecht gemacht ey Wenn du die wirkliche haben willst Da bin ich ja gleich mal gespannt Oh ja ich sehe ich sehe die ich sehe die Kuppel Das muss die sein ich schwimme direkt drauf zu Ach wenn du reinkommst Ja Ich habe auch alles ey Kontaktwaffen Ich nähere mich den oberen Fenster Ja Und da komme ich jetzt Jetzt komme ich da rein Wird ich drin? Da drüben ist wer Weiß ich nicht Da drüben das bist du ne Oh ja bist du da Ja ja das bin ich Gut Hier ich lege dein Gewehr mal ab Da ist die Harpune vor mir Habe ich eingesammelt Wie ist die? Danke ja Und? Brauchst du noch ein Medikit? Ja brauche ich immer noch bitte Oh wir sind da drinnen im Kreis Das erzähl doch nicht Dass wir nicht drinnen sind Danke Wo wollen wir hin jetzt? Ein blaues sogar Wo ist denn das? Hier sind Flossen Blaues? Ja Besseres Medikit Ach da Danke Ich nehmele hier ein Hier sind noch Harpune und Flossen Flossen habe ich Und Stahlpfeile Brauchst du Stahlpfeile? Immer Immer Jede Menge Ja Habe ich dir noch einiges gelassen Und eine du hast alle fünf hingelegt was sind die aufgesammelt ja alle ja natürlich ich gebe dir zwei wieder was die andere sind es automatisch waren zwei erst weg wunderbar jetzt habe ich vier ich habe auch noch zwei dann ist alles gut so wo ist denn das visier das lag da im regal ja ich habe es hier da musst du selbst wissen für die abruhen hat da oben drauf ja und wenn du rechts klicken was wir brauchen auch dieses medikas nehme ich mir auch noch mit ja wo war man hin ich würde sagen zudem viel glück basis da ja kann man erstmal in die richtung schwimmen was muss mir die gas hier oben auf den schrank so das nehme ich mir auch gleich das medikas würde ich sagen schlossen oder so brauchst noch habe ich habe ich schon was da gut denn die markierung gesetzt ja habe ich westlich 165 bei mir südlich 180 dann sind wir dann 78 haben wir nicht auf die für glück basis gesetzt ich habe genau drauf doch ich habe viel glück basis links ganz das große gebäude habe ich gemacht ich habe zwischen steve da ist so ein schräges und dann noch ein schräges und schiff meinst du was war gut okay dann haben wir müssen jetzt sowieso ja dann lass uns schwimmen ich habe auch aufs schiff gesetzt haben dieselbe richtung gut 11 spieler noch übrig ich habe 40 schuss im magazin und 306 noch mal so ich habe ja gar keine habe ich drauf ja ich habe doch gesagt nimm die damit ich habe da keine gesehen da waren welche drin kommen schnell rein noch mal ganz außen waren da noch deswegen ich habe nur die stahl falle noch gesehen näher tun lagen da auch ganz hinten waren die liegen noch mal stahlfeile hier oben habe darum habe ich nicht geguckt ich weiß aber nicht wie viele zehn stück erst mal besser als nix da gebe ich dir recht dann ab raus ja wie ihr seht je weiter man gen norden schwimmt desto bessere waffen gibt es aber umso gefährlicher das natürlich auch ja es mit die hat natürlich jetzt nur einfache habe ich einsammeln konnte so auf die schnelle aber ich habe ein fettes sturmgewehr dafür ja wir können auch tauschen ein solcher das ja ablegen ich will mal wissen wie die ab und ich habe noch nicht mit der brune geschossen von daher und da hinten hatte ich sogar auch schon mal ein enttag da konnte man sich kann man sich wegziehen mit das auch nicht man jetzt hier denn ist man schnell weg so weißt du ja wenn du jetzt hier stehst schießt da hinten an den felsen dran und dann zieht das sicher ran richtig schnell ich glaube wir müssten noch ein bisschen kommen ich setze meine mitte nach steve wo steve hin will ich habe schon schlusser vom meer ich wollte gerade sagen von links ne ja die westen oder wohnert zu die westen würde ich auch sagen ja ich schwimm mal hier über den jurassic park rüber ich auch wo hast du wo willst die finden auch da bist du finden ja ich habe da die markierung ja ich auch komm hier nicht durch ich bin schon hinter dem zaun noch nicht wundern ja ich bin ich nicht mehr ja deswegen ja ich bin bei den rohren die hier im gebäude neben geländer rumschwimmen ach da hinten die pipelines da schwimme ich gerade lang ach du bist von mir ne ja 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 gut gut dann sind wir wieder zu zweit links ne bist du ja 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 ja, hab ich auch gehört steve kommt hier irgendwo geh ist du kommst steve hin und dann gehe ich mal hier oben geradeaus kommt einer Oh Der schießt auf mich Ne, das ist noch einer Aus Süden kommt nämlich auch einer Ah ne, das ist Steve Wo ist der? Welche Richtung? Hier Hier Ich hab ihn doch schon getroffen Ja, ich hab ihn nochmal außer Gefecht gesetzt Gut, jetzt müssten Haie kommen und den wegholen Ja Wunderbar Ich liebe dieses geschlossene Sehr gut Oh, der hat den Haie gekillt, ne? Der lebt noch Komm, ich geh ran Jetzt ist er, jetzt ist er definitiv weg Was hatte der denn? Uh, Stahlpfeile Ganz gut Apun hat dennoch 10 Stück Oh, da komm ich, da komm ich, da komm ich Steve müsste hier schon irgendwo Ah, da hinten dümpelt Steve Ich muss mal meinen Schatz abgeben Ja, ich auch Damit ich den wenigstens gesichert habe Geh du zuerst, dann ich halt die Augen offen Ja Ab meinen Schatz Gut Kannst du Steve ist aber klein, ich dachte, der wäre größer Das ist übrigens Steve, Leute Ein kleiner Tauchraum Kleines gut Ah, ich liebe diese Patronen, ey Wenn die Haie ankommen Oh, Schüsse Bei dir oder wo? Haben sie dich? Ne Der andere ist tot Ich geh von der anderen Seite Links ist noch einer Ich schwimm ran und baller den noch mal ein ganzes Magazin drauf Erledigt 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 Er schießt noch mal sieben Schiffe Ja, ich gucke, was der hat Ja, ich nehme den anderen hier rechts Stahlpfeiler Ja, mann immer Der hat auch ein Sturmgewehr Sehr gut Ich bin echt zufrieden mit dem, was ich habe Apun ist gar nicht so schlecht Wenn du genau triffst, ist die schon mal ordentlich Ja, ne? Besser als meins Oh, Vorsicht Ist der Hai tot? Der Hai ist tot Was war denn das? Weiß ich nicht Oh, ein fetter auf jeden Fall, ne? Ich geh mir erstmal Pflaster Steve fährt, wo will Steve hin? Wir müssen ein Stückchen Zu Steve Ja Ich habe Markierung gesetzt Ich habe auch die Markierung gesetzt Gut, ich gönne mir nochmal Medigars Ich schwimm mal ein bisschen hier unten bei Steve lang Und ich gönne mir nochmal Medigars Ich lade die Harpune und dann geht's weiter Jo Ich gönne mir auch mal ein Pflaster Wie wollen wir denn das eigentlich machen, wenn wir beiden nur noch drin sind? Ja, ich würde sagen Wir Messerkampf, ne? Messer oder wir verstecken uns ein bisschen Und schwimmen dann aufeinander zu Und dann gucken wir mal was Jeder irgendwie in eine Richtung weg Zehn Sekunden lang Und dann werden wir uns Was für Haie kommen, oder so, ne? Ja, mal gucken Wollen wir da zu diesen Hügel nach vorne? Ja Komm Jetzt leben wir nur noch zwei weiter Ja, mal gut, dass wir hier als Team agieren, ne? Ja Würde ich mal behaupten Das hilft schon Ich bin hier anderen Hügel, ne? Da kommt einer aus südwestlicher Richtung Ich bin das hier Ne, oben Oben, ganz relativ oben ist er Außer Gefecht gesetzt Jo, tot ist er Ey, du ziehst wirklich gut, ey Ich loote den Mach das Stahlpfeiler hat er Und ein fettes Gewehr Ich bin unten bei Steve Ja Musst du sagen, wo du bist Ich bin gegenüber von Steve Unter der, diesem komischen Ding hier Also hinter Steve quasi Am Veränderfest Ich bin noch hinter Steve Ja, ich auch Und dann bist du über mir, oder so Ja, oder neben dir Hier ist noch ein bisschen Loot hier unten Alter, wird das jetzt klein, eng Ich will mal wissen, wo der letzte Taucher ist Das ist ne gute Frage Aber es geht noch Es wird noch kleiner werden Wenn wir beide nur noch überbleiben Und nichts machen Dann wird es richtig klein Und dann kommen die Haie, ey Gut, die Folge wird auch ein bisschen länger heute Aber das Ende Lassen wir uns jetzt nicht hingehen Ne, das ist spannend Ich schwimme mal zu Steve hin Nicht schießen, ne? Ne, ne, alles gut Ich seh dich Siehst du mich bei Steve? Ja, ja, ich bin Ich seh dich in südwestlicher Richtung Also bist du nordöstlich Bin ich hinter dir Ich komme jetzt auf dich zugeschwommen Von hinten Das bin ich Ah, da Das wird auch dunkel Das ist natürlich mies jetzt Das ist richtig scheißen mies Steve ist über mir Wo bist du denn jetzt hin? Da unten Ich bin immer noch hier unten Alter, das sieht man voll gar nicht Wenn so einer ankommt Richtig schwer zu sehen Du bist unter Steve, ne? Ich bin direkt unter Steve, ja Naja, okay, okay Naja, dies ist ich mal kaum deswegen Musste ich jetzt nochmal fragen Ob du das bist Ich weiß gar nicht, wo du bist An derselben Stelle, wo du gerade warst Oh, oh, Luft Guck deine Luft nach Oh, gut, dass du das sagst Dann wollen wir wieder einen gönnen hier Ich hab noch ein Kompaktvisier Das kann ich mir gar nicht drauf machen Naja Ich bin jetzt hier links bei Ach ja, das war das Nehmen wir mal das Kompaktvisier Ist doch viel besser Ich weiß gar nicht, wo du bist Ich schwimme jetzt über ein Meeresgerund Links an der Felswand Ich glaube, du bist vor mir Ah, da Ich seh Licht da Du bist das, mit dir Ja, genau Wo bleibt denn unser letzter Kompagnon hier? Guck mal Auf der Liste da Ja, ja Wir beide führen Ja, der letzte, ne? Muss doch auch hier irgendwo sein, ne? Muss ja auch irgendwo sein So groß ist das Gebiet nicht mehr Und was heißt dieser einen Totenschädel? Du hast einen getötet Achso Rechts ging gerade so ein Licht runter Oh nee, das waren hier Die Meeresbewohner Alles gut Das ist erst so aus So schnell wieder runter Schwimmen konnte Könnte ja keiner gewesen sein Highschildfeld, ey Wo ist der? Oh, wir müssen noch rein in Highschild Ich bin unter Steve, genau Stimmt, ich bin rechts von dir Ja, ja, das bin ich Gut Ich schwimme jetzt gerade aus Auf diesem Loch im Felsen zu Weil ich zur neuen Position von Steve schwimme Wo ist denn die neue? Ähm, ich muss da vor Karte gucken Ich sehe das Highschild Achso Vor mir Es wird echt klein Irgendwo muss er hier sein Er kann doch da nicht nirgends rumdümpeln Oder ist das ein Schlitter? Nein Wer weiß, wo er sich versteckt Wenn er sich nur mal bis zum Rand schwimmt Wo das Highschild ist Und dann wartet Dann geht das Hinter uns Was ist das? Ah, nix Wo war es vor? Bist du das da vorne? Ja, ja, das bin ich Das bin ich Wenn du zielst, dann siehst du das Das bist du Das bin ich War es echt nicht mehr groß, das Gebiet Ja, gleich müssen wir uns noch über die So anlaufen hier, oder? Gleich müssen wir uns über die So, Highschild fällt jetzt auf die kleine Größe zusammen Da bin ich mal gespannt Komm zu dir Oh, da sieht man es auch schon Naja, mach ich ja Beobachte hier links Da jemand ankommt Da vorne ist er Gerade im Highschild reingeschwommen Ich seh's nicht Südwestlich Ich mein, das war er Sah aus wie ein Taucher Aber Bin mir nicht sicher Na, dann sehen wir das doch gleich Wenn ein Hai ihn genatscht Naja, ist er natürlich Er hat uns jetzt auch gesehen Und kommt jetzt von woanders reingeschwommen Ja, von links kann er ja nicht Da ist dieser Berg Kann nur noch von hinten kommen Ja, aber einmal rumschwimmen schafft er ja nicht Solange er schafft das ja nicht außerhalb des Highschildes Nee, eigentlich nicht Das wird er nicht schaffen Er ist Er ist richtig gut Da kommt er Ich glaube, ist er das? Da oben Nee, das sieht nur so aus Wo denn? Ich hab geschossen So, ja, wenn Sag mir eine Richtung Äh, westlich 269 Grad von mir Ich seh da keinen Das sah eben so aus Ja, hab ich auch gedacht Ah, da entwickelt man eine Paranoia, ne? Wo bist du überhaupt? Ja, hinten auf der anderen Seite vom Felsen Da hat er es Ah, da Wir müssen zum neuen Punkt, ne? Ein bisschen rein zu Steve Steve ist über uns Ja, der bewegt sich jetzt noch ein bisschen Das ist aber auch Schweine-Duster dazu Haie sind jetzt da Was ist denn kletschern? Ja, ja, oben der Hai Wo? Welcher Hai? Na, der Hai Koboldhai Alter Sorry Alles gut Paranoia hoch Drei, ey Aber Verrätst du nur unsere Position Da ist er Nee Aber ich denke mal, das ist er Aber das ist nur so eine Alge Wenn du näher ranzoomst Achso Ähm, ja Jetzt müssen wir Wie machen wir das jetzt? Noch bin ich hier Hinter dir Weil er gerade vom Hai gefressen worden ist Jetzt sind wir noch Wir beide über Wie? Ich hab auch ein Hai Sorry Mein Freund Blöder Weißt du, vor allem Wie machen wir das? Und er schießt direkt eine Ködergranate auf mich Ich hab die doch auch abgekriegt Ist mir doch egal Ihr habt nicht mehr geklärt, wie wir was machen Ja gut, beim nächsten Mal Nächstes Mal erschieß ich dich direkt im Kopf Da haben wir was geklärt Da gibt's keine Ausreden mehr So, aber egal Uh, uh Und da hat wieder auch er Neon Green Monkey Paranoia gewonnen Cheater, Cheater, Cheater So Bis zur nächsten Folge Macht's gut Ciao Ciao So